Ja, hallo liebe Thalienfreunde. Heute ist der 16. Juni 2022 und mit gestern 15. Juni wären ja eigentlich die Maskenbestimmungen ausgelaufen. Ein Teil davon ist ja auch ausgelaufen, allerdings wurde in manchen Bereichen die Maskenpflicht verlängert. Wo wurde sie aufgehoben? Es ist ab sofort nicht mehr erforderlich, in Kinos und weiteren Innenbereichen die Maske zu tragen. Wo sie allerdings noch erforderlich ist, das ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, außer in Flugzeugen. Begründet wird das damit, dass Flugzeuge ein besseres Belüftungssystem haben und hier die Ansteckungsgefahr sehr gering ist. Das heißt in allen Verkehrsmitteln, öffentlichen Verkehrsmitteln, in jedem Bus, im Vaporetto nach Venedig, auf Schiffen, Zügen etc. Also überall, wo die Öffentlichkeit Zugang hat zu öffentlichen Verkehrsmitteln, da gilt nach wie vor Maskenpflicht. Des Weiteren gilt die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen, in Altenheimen und natürlich auch beim Arztbesuch. Das heißt, es plant niemand einen Arztbesuch im Urlaub. Allerdings sollte ganz einfach die Maske mit ins Reisegepäck, denn dann ist man für einen eventuellen Besuch beim Arzt gerüstet. Und welche Maske muss es sein? Es muss, in der Verordnung steht es eindeutig drinnen, eine FFP2-Maske sein. Und das Ganze gilt ab sechs Jahren. Das heißt, Kinder vor dem sechsten Geburtstag sind davon ausgenommen. Ab dem sechsten Geburtstag müssen diese auch eine FFP2-Maske tragen. Das sind die Bestimmungen, die verlängert wurden. Und sie wurden verlängert bis zum 30. September 2022. Das heißt, den ganzen Sommer über und wenn man schaut, 30. September, da sind wir schon sehr in Richtung Herbst. Je nachdem, wie es sich entwickelt, aber kann man davon ausgehen, dass sie wohl bleiben werden. Ja, das sind einmal die Bestimmungen, die verlängert wurden. Wie gesagt, FFP2-Maske, öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheitseinrichtungen, Arzt- und Seniorenheime. Sonst braucht ihr nirgendwo eine Maske. Ob es in Gedränge sinnvoll sein kann oder nicht, sie zu tragen, das bleibt jedem selbst überlassen. Sie wird nach wie vor empfohlen für Innenbereiche. Aber eine Empfehlung ist keine Pflicht. Und wenn man schaut, was mit einer Empfehlung passiert, es drängt sie keiner mehr. Die Zahlen gehen momentan wieder nach oben. Aber wie man gesehen hat in Portugal, das war eine kurze Welle. Die ist auch schon wieder am Abäppen und führt zu keinerlei Überlastungen des Gesundheitssystems. Ähnliches steht jetzt aktuell Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz bevor. Auch hier werden die Zahlen steigen. Allerdings werden wir sie auch genauso schnell wieder fallen sehen. In diesem Sinne, macht euch bitte keine Sorgen. Bleibt trotzdem positiv eingestellt. Beim Test möglich negativ. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Bis bald. Arrivederci. Und ciao.